Thich Nhat Han, Buddhas Lehren für ein glückliches Leben Unsere Verabredung mit dem Leben findet im gegenwärtigen Augenblick statt. Und der Treffpunkt ist genau da, wo wir uns gerade befinden. Das Sutra über Thera, den Älteren So habe ich gehört. Einst wallte der Buddha im Kloster des Jetahains in der Stadt Savatthi. Zu jener Zeit gab es einen Mönch namens Thera, der Ältere, der es vorzog, stets allein zu sein. Bei jeder Gelegenheit pries er die Praxis des Alleinlebens. Er ging allein, um Almosen zu erbitten, und er meditierte allein. Einmal kam eine Gruppe von Mönchen zum Buddha. Sie erwiesen ihm ihre Ehrerbietung, indem sie sich zu seinen Füßen niederwarfen. Dann traten sie zur Seite, setzten sich in einiger Entfernung nieder und sagten, »Erhabener, es gibt einen älteren Mönch namens Thera, der immer allein sein will. Stets preist er das Alleinleben. Er geht allein ins Dorf, um Almosen zu erbitten, und er sitzt allein in Meditation.« Der Buddha beauftragte einen der Mönche, »Bitte geh zu Thera und sag ihm, dass ich ihn sehen möchte.« Der Mönch tat, wie ihm geheißen. Als der Mönch Thera den Wunsch des Buddha vernahm, kam er unverzüglich, warf sich zu Füßen des Buddha nieder, trat zur Seite und setzte sich in einiger Entfernung. Dann fragte der Erhabene den Mönch Thera, »Ist es wahr, dass du es vorziehst, allein zu sein, ein Leben in Einsamkeit zu preisen, allein um Almosen zu betteln, allein aus dem Dorf zurückzukehren und allein in Meditation zu sitzen?« Der Mönch Thera antwortete, »So ist es, Erhabene.« Darauf fragte der Buddha den Mönch Thera, »Wie lebst du allein?« Der Mönch Thera antwortete, »Ich lebe allein. Niemand anders lebt mit mir. Ich preise das Alleinsein. Ich gehe allein, um Almosen zu erbetteln, und ich kehre allein aus dem Dorf zurück. Ich sitze allein in Meditation. Das ist alles.« Der Buddha unterwies den Mönch folgendermaßen. »Es ist offensichtlich, dass dir das Alleinsein zusagt. Ich will dir das nicht nehmen, aber ich möchte dir doch sagen, dass es einen ganz hervorragenden Weg gibt, allein zu sein. Das ist der Weg der eingehenden Betrachtung. Er offenbart, dass die Vergangenheit nicht mehr und die Zukunft noch nicht ist. Er ermöglicht uns in aller Muße, im gegenwärtigen Augenblick zu weilen, frei von Begehren. Wenn ein Mensch so lebt, gibt es in seinem Herzen kein Zögern. Er gibt alle Ängste und jedes Bedauern auf, lässt alles bindende Begehren los und durchtrennt die Fesseln, die ihn daran hindern, frei zu sein. Diesen Weg nennt man den besseren Weg, allein zu leben. Keinen wunderbareren Weg als diesen gibt es, allein zu leben. Dann rezitierte der Erhabene den folgenden Vers. Das Leben eingehend zu betrachten, macht es möglich, alles, was ist, klar zu sehen. Von nichts, was klar zu sein, macht es möglich, alles Begehren loszulassen. Das Ergebnis ist ein Leben voller Freude und Frieden. Das heißt, wirklich allein zu leben. Als er diese Worte hörte, freute sich der Mönch Thera. Respektvoll warf er sich vor dem Buddha nieder und ging. Das Sutra über die Kenntnis vom besseren Weg allein zu leben So habe ich gehört. Einst wallte der Buddha im Kloster des Jeta-Heinz in der Stadt Savati. Er rief alle Mönche zu sich und unterwies sie. Mönche. Die Mönche antworteten. Ja, Erhabene. Und der Erhabene sprach. Ich möchte euch lehren, was es heißt, den besseren Weg kennen, allein zu leben. Ich werde mit einem Überblick über die Lehre beginnen und sie danach genauer erläutern. Mönche, bitte hört aufmerksam zu. Erhabene, wir hören dir zu. Der Buddha lehrte. Laufe nicht der Vergangenheit nach. Verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht gekommen. Das Leben, wie es hier und jetzt ist, eingehend, betrachtend, weilt der Übende in Festigkeit und Freiheit. Es gilt, uns heute zu bemühen. Morgen ist es schon zu spät. Der Tod kommt unerwartet. Wie könnten wir mit ihm handeln? Der Weise nennt jemanden, der es versteht, Tag und Nacht in Achtsamkeit zu weilen. Jemanden, der den besseren Weg kennt, allein zu leben. Mönche, was meinen wir mit der Vergangenheit nachlaufen? Wenn eine Person sich Gedanken darüber macht, wie ihr Körper in der Vergangenheit war, wie ihre Gefühle in der Vergangenheit waren, wie ihre Wahrnehmungen in der Vergangenheit waren, wie ihre geistigen Gebilde in der Vergangenheit waren, wie ihr Bewusstsein in der Vergangenheit war. Wenn eine Person über diese Dinge nachdenkt, ihren Geist damit belastet und sie diesen Dingen, die der Vergangenheit angehören, verhaftet bleibt, dann läuft diese Person der Vergangenheit nach. Mönche, was meinen wir mit nicht der Vergangenheit nachlaufen? Wenn eine Person sich Gedanken darüber macht, wie ihr Körper in der Vergangenheit war, wie ihre Gefühle in der Vergangenheit waren, wie ihre Wahrnehmungen in der Vergangenheit waren, wie ihre geistigen Gebilde in der Vergangenheit waren, wie ihr Bewusstsein in der Vergangenheit war. Wenn eine Person über diese Dinge zwar nachdenkt, ihr Geist jedoch weder von diesen Dingen versklavt noch ihnen verhaftet ist, dann läuft diese Person der Vergangenheit nicht nach. Mönche, was meinen wir mit sich in der Zukunft verlieren? Wenn eine Person sich Gedanken darüber macht, wie ihr Körper in der Zukunft sein wird, wie ihre Gefühle in der Zukunft sein werden, wie ihre Wahrnehmungen in der Zukunft sein werden, wie ihre geistigen Gebilde in der Zukunft sein werden, wie ihr Bewusstsein in der Zukunft sein wird, wenn eine Person über diese Dinge nachdenkt, ihren Geist damit belastet und sie tagträumend mit diesen Dingen, die der Zukunft angehören, beschäftigt ist, dann verliert sich diese Person in der Zukunft. Mönche, was meinen wir mit sich nicht in der Zukunft verlieren? Wenn eine Person sich Gedanken darüber macht, wie ihr Körper in der Zukunft sein wird, wie ihre Gefühle in der Zukunft sein werden, wie ihre Wahrnehmungen in der Zukunft sein werden, wie ihre geistigen Gebilde in der Zukunft sein werden, wie ihr Bewusstsein in der Zukunft sein wird, wenn eine Person über diese Dinge nachdenkt, ihren Geist aber nicht damit belastet und sie nicht tagträumend mit diesen Dingen, die der Zukunft angehören, beschäftigt ist, dann verliert sich diese Person nicht in der Zukunft. Mönche, was ist gemeint mit sich von der Gegenwart hinwegtreiben lassen? Wenn eine Person nichts studiert oder nichts lernt über den Erwachten oder über die Lehren der Liebe und des Verstehens oder über die Gemeinschaft, die in Harmonie und Achtsamkeit lebt, wenn diese Person nichts über die edlen Lehrer und ihre Lehren weiß, diese Lehren nicht praktiziert und denkt, dieser Körper, das bin ich, ich bin dieser Körper, diese Gefühle, das bin ich, ich bin diese Gefühle, diese Wahrnehmungen, das bin ich, ich bin diese Wahrnehmungen, diese geistigen Gebilde, das bin ich, ich bin diese geistigen Gebilde, dieses Bewusstsein, das bin ich, ich bin dieses Bewusstsein, dann lässt sich diese Person von der Gegenwart hinwegtreiben. Mönche, was ist gemeint mit sich nicht von der Gegenwart hinwegtreiben lassen? Wenn eine Person über den Erwachten studiert und lernt oder über die Lehren der Liebe und des Verstehens oder über die Gemeinschaft, die in Harmonie und Achtsamkeit lebt, wenn diese Person die edlen Lehrer und ihre Lehren kennt, diese Lehren praktiziert und nicht denkt, dieser Körper, das bin ich, ich bin dieser Körper, diese Gefühle, das bin ich, ich bin diese Gefühle, diese Wahrnehmungen, das bin ich, ich bin diese Wahrnehmungen, diese geistigen Gebilde, das bin ich, ich bin diese geistigen Gebilde, dieses Bewusstsein, das bin ich, ich bin dieses Bewusstsein, dann wird diese Person sich nicht von der Gegenwart hinwegtreiben lassen. Mönche, damit habe ich euch einen Überblick und eine genaue Erläuterung gegeben, was es heißt, den besseren Weg zu kennen, allein zu leben. So lehrte der Buddha und die Mönche waren erfreut, seine Lehren in die Praxis umzusetzen. Der Hintergrund und das Umfeld Ich glaube, dass der Mönch Thera, nachdem er die Unterweisung des Buddha erhalten hatte, seine Art des Alleinlebens änderte. Der Buddha lehrte, dass im gegenwärtigen Augenblick Leben der Weg ist, allein zu leben. Wenn jemand keine Achtsamkeit für den gegenwärtigen Augenblick aufbringen kann, wird er nicht einmal allein sein, wenn er sich im tiefsten Wald befindet. Wenn aber jemand achtsam im gegenwärtigen Augenblick lebt, weder die Vergangenheit bedauert, noch sich um die Zukunft sorgt, weiß er, wie man das, was im gegenwärtigen Augenblick geschieht, betrachtet und versteht. Ich glaube, dass der Mönch Thera dies verstanden und auch in die Praxis umgesetzt hat, nachdem der Buddha ihn darin unterwiesen hatte. Wie der Buddha lehrt, lebt jemand, der den besseren Weg kennt, allein zu leben, nicht notwendigerweise von der Gesellschaft isoliert. Sich von der Gesellschaft absondern und abgeschieden im Wald leben, ist keine Garantie dafür, dass man wirklich allein ist. Wenn wir weiterhin in die Vergangenheit schweifen, uns um die Zukunft sorgen oder uns in den Zerstreuungen des Augenblicks verlieren, können wir niemals allein sein. Jemand, der den besseren Weg des Alleinlebens kennt, kann auch innerhalb der Gesellschaft so leben. Dies wird auch in einem anderen Text sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Einmal hielt sich der Buddha in Champa am Seeufer auf. Ein Mönch namens Mighajala kam zu ihm. Er hatte bereits von der Lehre vom besseren Weg des Alleinlebens gehört und kam, um vom Buddha mehr darüber zu erfahren. Der Buddha unterwies Mighajala folgendermaßen. Die Formen und Bilder, die die Objekte unserer Wahrnehmung sind, können angenehm und genussvoll sein und in unserer Erinnerung haften und Sehnsucht und Begehren auslösen. Wenn ein Mönch ihnen verhaftet ist, ist er an sie gebunden, dann ist er nicht allein. Er ist stets in Begleitung. Und in der Tat, Mighajala, wenn ein Mönch durch solche Fesseln gebunden ist, selbst wenn er tief im Wald lebt, an einem abgeschiedenen Ort, weit entfernt von anderen Menschen und ohne irgendwelche Störungen von außen, so lebt er immer noch mit anderen. Warum? Weil er die Fesseln, die ihn binden, immer noch nicht abgeworfen hat. Es sind dann diese Fesseln, mit denen er lebt. Der Buddha lehrte Mighajala, dass ein Mensch, der den besseren Weg kennt, allein zu leben, jemand ist, der ein Leben ohne Zwang führt, der nicht an innere Geistesformationen gebunden ist, die ihre Wurzeln in den Objekten seiner sechs Sinne haben, das heißt in Form, Klang, Geruch, Geschmack, Berührung und den Objekten des Geistes. Der Buddha schloss Mighajala, wenn ein Mönch so lebt und sei es mitten in einem Dorf, sei es unter Mönchen, Nonnen oder Laien, am Königshofe oder unter hohen Beamten oder unter denen, die einen anderen Weg praktizieren, er wird stets jemand sein, der den besseren Weg kennt, allein zu leben. Man kann von ihm sagen, dass er allein lebt, weil er sich von allen Verhaftungen befreit hat. Die Kenntnis des besseren Weges allein zu leben, ist im Buddhismus ein wichtiges Thema. Es wirft Licht auf das Wesentliche des erleuchteten Lebens, wie es der Buddha lehrte. Vergangenheit und Zukunft loslassen und achtsam leben, um eingehende Betrachtung zu üben und die wahre Natur all dessen, was im gegenwärtigen Augenblick geschieht, zu entdecken. Weder die Welt noch die Gesellschaft ablehnen Alleinleben heißt nicht, Welt und Gesellschaft abzulehnen. Der Buddha hat gesagt, Alleinleben heiße, im gegenwärtigen Augenblick zu weilen und tief in das gegenwärtige Geschehen zu schauen. Wenn wir das tun, werden wir nicht in die Vergangenheit gezogen oder in Gedanken über die Zukunft verwickelt. Der Buddha hat gesagt, Wenn wir nicht im gegenwärtigen Augenblick leben können, dann sind wir nicht einmal wirklich allein, wenn wir im tiefsten Wald allein sind. Und er hat weiter gesagt, Wenn wir dagegen im gegenwärtigen Augenblick voll und ganz lebendig sind, dann kann man von uns sagen, wir lebten allein, selbst wenn wir in einer Stadt unter vielen Menschen leben. Buddhistische Meditierende wissen, wie wichtig das Üben in einer Gemeinschaft ist. Ein vietnamesisches Sprichwort sagt, Suppe ist für eine Mahlzeit, was Freunde für die Übungspraxis sind. Mit einer Gemeinschaft in Berührung sein, von den anderen lernen, in einer Gemeinschaft Zuflucht suchen, das sind alles sehr wichtige Dinge. Es gilt, den Weg, allein zu leben, in einer Gemeinschaft von Übenden zu entdecken. Der Mönch Thera gehörte einer Gemeinschaft von Übenden an, aber er war entschlossen, allein zu leben. Er glaubte an die Idee eines Lebens in der Einsamkeit, weil er einmal gehört hatte, wie der Buddha die Praxis des Alleinlebens pries. Also hielt er zu jedermann Abstand. Er bettelte allein um Almosen, er kehrte allein zurück, er aß allein und er meditierte allein. Er war wie ein Tropfen Öl in einer Schale Wasser, unfähig, sich unter seine Mitübenden zu mischen. Deswegen glaubten die anderen Bhikkhus, irgendetwas stimme nicht mit ihm, und sie verliehen dieser Besorgnis dem Buddha gegenüber Ausdruck. Der Buddha war sehr wohlwollend. Er tadelte Thera nicht. Er zeigte einfach, dass Theras Weg, allein zu leben, nicht der beste Weg war, so zu leben. Da gerade viele andere Mönche zugegen waren, ergriff der Buddha die Gelegenheit, Thera den besseren Weg, allein zu leben, zu lehren. Einen Weg, der es immer noch erlaubt, in der Sangha der Bhikkhus zu leben, von den anderen zu lernen und bei ihnen Zuflucht zu suchen. Es gab auch Bhikkhus, die genau das Gegenteil von Thera waren, die immer in Grüppchen zusammen kamen, um ihre Zeit schwatzend und spaßend zu vertun. Ihre Unterhaltungen drehten sich nicht um die Lehren, und der Buddha ermahnte sie immer wieder. Es gibt viele Geschichten, in denen der Buddha die Bhikkhus unterweist oder tadelt, die sich laut und undiszipliniert verhalten, die nicht wissen, wie sie mit Körper und Geist heilsam umgehen können, die nicht wissen, wie sie ihre Zeit mit Geh- und Sitzmeditation und mit eingehender Betrachtung des Gegenwärtigen verbringen können. Wenn wir in einer Gemeinschaft von Übenden leben, sollte es immer mindestens ein oder zwei Menschen geben, die als Vorbilder dienen. Manchmal brauchen wir sie nur zu beobachten, wie sie in Achtsamkeit stehen, gehen, sprechen oder lächeln, um uns in unserer eigenen Praxis wieder bestärkt zu fühlen. Die Tatsache, dass wir den besseren Weg, allein zu sein, kennen, hindert uns nicht daran, die Gegenwart solcher Menschen zu genießen und davon zu profitieren. Ganz im Gegenteil. Gerade weil wir den besseren Weg kennen, allein zu leben, können wir sie eingehend betrachten und schätzen. In Berührung sein mit anderen heißt nicht einfach, mit anderen zu reden. Wenn wir zum Beispiel in Berührung sind mit dem blauen Himmel oder mit den weißen Wolken, der grünen Wiese oder der Rose, kommunizieren wir mit ihnen nicht nur in Worten. Wir erkennen diese Dinge, wir nehmen sie an und fühlen ihre Wärme. Zutrauen erwacht in uns und wir lernen viel aus ihrer Gegenwart. Wenn wir den besseren Weg, allein zu leben, praktizieren und den größten Teil unserer Zeit damit verbringen, schweigend Geh- und Sitzmeditation zu üben, wird unsere Gegenwart einen wirklichen Beitrag zur Gemeinschaft leisten. Anders als beim Mönch Thera oder den Mönchen, die sich nach den Mahlzeiten zusammenfinden, um über Nebensächlichkeiten zu reden, erhöht jeder Schritt, den wir tun, die Qualität und Stabilität der gemeinschaftlichen Praxis. Wenn alle Mitglieder der Gemeinschaft zu dieser Qualität beitragen, ruht die Gemeinschaft auf tragfähigem Grund und viele Menschen können davon profitieren. Alleinleben heißt achtsam leben. Es heißt nicht, sich von der Gesellschaft abzusondern. Wenn wir den besseren Weg kennen, allein zu leben, können wir mit den Menschen und der Gesellschaft wirklich in Berührung sein. Dann werden wir wissen, was wir zum Nutzen der Gemeinschaft zu tun haben. Innere Verhärtungen oder Knoten Der Vers »Die Kenntnis des besseren Weges allein zu leben« beginnt mit der Zeile »Laufe nicht der Vergangenheit nach«. Der Vergangenheit nachlaufen heißt bedauern, was bereits gewesen und schon wieder vergangen ist. Wir bedauern den Verlust der schönen Dinge in der Vergangenheit, die wir in der Gegenwart nicht mehr haben können. Der Buddha hat diese Zeile folgendermaßen kommentiert. Wenn eine Person sich Gedanken darüber macht, wie ihr Körper in der Vergangenheit war, wie ihre Gefühle in der Vergangenheit waren, wie ihre Wahrnehmungen in der Vergangenheit waren, wie ihre geistigen Gebilde in der Vergangenheit waren, wie ihr Bewusstsein in der Vergangenheit war, wenn eine Person über diese Dinge nachdenkt, ihren Geist damit belastet und sie diesen Dingen, die der Vergangenheit angehören, verhaftet bleibt, dann läuft diese Person der Vergangenheit nach. Der Buddha hat gelehrt, dass wir der Vergangenheit nicht nachlaufen sollen, weil die Vergangenheit nicht mehr ist. Wenn wir in Gedanken über die Vergangenheit verloren sind, verlieren wir die Gegenwart. Leben existiert nur im gegenwärtigen Augenblick. Die Gegenwart verlieren heißt das Leben verlieren. Die Botschaft des Buddha ist sehr klar. Wir müssen uns von der Vergangenheit verabschieden, damit wir in die Gegenwart zurückkehren können. In die Gegenwart zurückkehren heißt, mit dem Leben in Berührung zu sein. Welche Dynamik in unserem Bewusstsein zwingt uns zurückzuschauen und mit den Bildern der Vergangenheit zu leben? Diese Kräfte setzen sich aus inneren Verhärtungen, Knoten zusammen, geistigen Faktoren, die in uns aufsteigen und uns binden. Dinge, die wir sehen, hören, riechen, schmecken, berühren, vorstellen oder denken, können allesamt solche inneren Knoten aufsteigen lassen. Begierden, Gereiztheit, Wut, Verwirrung, Angst, Befürchtungen, Verdächtigungen und so weiter. Solche inneren Knoten liegen in den Tiefen des Bewusstseins eines jeden von uns. Sie beeinflussen unser Bewusstsein und unser tagtägliches Verhalten. Sie lassen uns Dinge denken, sagen und tun, deren wir uns vielleicht nicht einmal bewusst sind. Weil sie uns dergestalt zwingen, werden sie auch Fesseln genannt, denn sie binden uns an ein bestimmtes Handeln. In den buddhistischen Schriften werden für gewöhnlich neun Arten innerer Knoten oder Fesseln aufgezählt. Begierde, Begierde, Stolz, Unwissenheit, unbeugsame Ansichten, Anhaften, Argwohn, Eifersucht und Eigensucht. Unter diesen ist die Fundamentale die Unwissenheit, der Mangel an Klarsicht. Unwissenheit ist der Stoff, aus dem auch all die anderen inneren Knoten gemacht sind. Obwohl es neun gibt, wird die Begierde stets an erster Stelle aufgeführt, häufig stellvertretend für alle inneren Formationen. Im Kakana Badekarata erklärt der Mönch Kakana Meine Freunde, was ist damit gemeint, in der Vergangenheit weilen? Jemand denkt, früher waren meine Augen so, und die Form, mit der meine Augen in Berührung waren, war so. Und indem er dies denkt, ist er an Begierden gebunden. An Begierden gebunden, wie er ist, empfindet er ein Gefühl der Sehnsucht. Dieses Gefühl der Sehnsucht hält ihn in der Vergangenheit fest. Kakanas Kommentar könnte uns auf den Gedanken bringen, dass die einzige Fessel, die uns in der Vergangenheit hält, die Begierde ist. Aber er benutzt den Begriff der Begierde stellvertretend für die Gesamtheit der inneren Knoten oder Fesseln, Hass, Argwohn, Eifersucht und so weiter. All diese binden uns und halten uns in der Vergangenheit fest. Manchmal brauchen wir nur den Namen von jemandem zu hören, der uns in der Vergangenheit Unrecht getan hat und unser innerer Knoten aus jener Zeit bringt uns automatisch in die Vergangenheit zurück und wir durchleben das Leiden erneut. In der Vergangenheit sind sowohl schmerzliche als auch glückliche Erinnerungen zu Hause. Von der Vergangenheit absorbiert sein bedeutet, für den gegenwärtigen Augenblick tot zu sein. Es ist nicht einfach, die Vergangenheit loszulassen und zum Leben im gegenwärtigen Augenblick zurückzukehren. Wenn wir dies versuchen, müssen wir dem Sog der inneren Knoten in uns widerstehen. Wir müssen lernen, sie zu verwandeln, damit wir frei sind, unsere Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick zu lenken. Die Gegenwart besteht auch aus der Vergangenheit. Die Gegenwart enthält die Vergangenheit. Wenn wir verstehen, wie unsere inneren Knoten Konflikte verursachen, können wir sehen, wie die Vergangenheit in den gegenwärtigen Augenblick eingebettet ist und dann werden wir nicht länger von der Vergangenheit überwältigt. Als der Buddha sagte, Lauft nicht der Vergangenheit nach, meinte er damit, Lasst euch nicht von der Vergangenheit überwältigen. Er meinte damit nicht, dass wir aufhören sollten, die Vergangenheit eingehend zu betrachten. Wenn wir die Vergangenheit eingehend betrachten und sie vor unserem inneren Auge vorbeiziehen lassen, sind wir fest in der Gegenwart verankert und werden nicht von der Vergangenheit überwältigt. Das Material der Vergangenheit, das die Gegenwart geformt hat, tritt klar zu Tage, wenn es sich in der Gegenwart ausdrückt. Wir können von diesem Material lernen. Wenn wir es genau anschauen, können wir zu einem neuen Verständnis dieses Materials gelangen. Wir nennen dies etwas Altes noch einmal anschauen, um etwas Neues zu lernen. Wenn wir wissen, dass die Vergangenheit auch in der Gegenwart liegt, verstehen wir, dass wir die Vergangenheit ändern können, indem wir die Gegenwart verwandeln. Die Geister der Vergangenheit, die uns bis in die Gegenwart hinein verfolgen, gehören auch in den gegenwärtigen Augenblick. Sie eingehend betrachten, ihre Natur erkennen und sie umwandeln, heißt die Vergangenheit umwandeln. Die Geister der Vergangenheit sind äußerst real. Sie sind die inneren Verhärtungen oder Knoten in uns, die manchmal ruhig schlafen, werden sie zu anderen Zeiten plötzlich erwachen und eine große Kraft entwickeln. Sich nicht in der Zukunft verlieren Manchmal lenken wir unsere Aufmerksamkeit, weil die Gegenwart so schwierig ist, auf die Zukunft, in der Hoffnung, dass sich die Lage in der Zukunft bessern wird. Wenn wir uns vorstellen, wenn es die Zukunft besser wird, fällt es uns leichter, das Leid und die Not der Gegenwart zu ertragen. Zu anderen Zeiten wiederum mag uns der Gedanke an die Zukunft sehr ängstigen, und doch können wir es nicht lassen, daran zu denken. Der Grund, warum wir an die Zukunft denken, selbst wenn wir dies gar nicht wollen, ist das Vorhandensein der inneren Knoten. Obwohl sie noch nicht eingetroffen ist, produziert die Zukunft doch bereits Gespenster, die uns verfolgen. Eigentlich werden diese Gespenster aber weder von der Zukunft noch von der Vergangenheit produziert. Es ist unser Bewusstsein, das sie erschafft. Die Vergangenheit und die Zukunft sind Schöpfungen unseres Bewusstseins. Die Energien hinter unserem Denken an die Zukunft sind unsere Hoffnungen, Träume und Ängste. Unsere Hoffnungen können das Ergebnis unserer Leiden und Fehlschläge sein. Weil die Gegenwart freudlos ist, erlauben wir unserem Geist in die Zukunft zu schweifen. Wir hoffen, dass unsere Lage in der Zukunft besser sein wird. Wenn eine Person sich Gedanken darüber macht, wie ihr Körper in der Zukunft sein wird, wie ihre Gefühle in der Zukunft sein werden, wie ihre Wahrnehmungen in der Zukunft sein werden, wie ihre geistigen Gebilde in der Zukunft sein werden, wie ihr Bewusstsein in der Zukunft sein wird. So zu denken, kann uns den Mut geben, Versagen und Leiden in der Gegenwart anzunehmen. Der Dichter Tru Wu hat einmal gesagt, die Zukunft sei das Vitamin der Gegenwart. Hoffnung bringt uns einige der verlorenen Freuden des Lebens zurück. Wir alle wissen, dass Hoffnung lebensnotwendig ist. Aber nach der buddhistischen Lehre kann Hoffnung auch ein Hindernis darstellen. Wenn wir unseren Geist nur auf die Zukunft richten, werden wir nicht genügend geistige Energie haben, um die Gegenwart wirklich zu erleben und umzuwandeln. Selbstverständlich steht es uns frei, Pläne für die Zukunft zu schmieden, aber Pläne für die Zukunft schmieden heißt nicht, sich von Tagträumen hinreißen zu lassen. Während wir Pläne machen, stehen wir mit beiden Beinen fest in der Gegenwart. Wir können die Zukunft nur aus dem Rohmaterial der Gegenwart bauen. Die wesentliche Lehre des Buddhismus ist, frei von allen Begierden für die Zukunft zu sein, um mit unserem ganzen Herzen und Geist in der Gegenwart zu sein. Das Erwachen verwirklichen heißt, zu einer tiefen und umfassenden Einsicht in die Wirklichkeit, wie sie im gegenwärtigen Augenblick existiert, zu gelangen. Damit wir in die Gegenwart zurückkehren und dem, was geschieht, von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten können, müssen wir tief in das Herz dessen, was ist, schauen und seine wahre Natur erfahren. Wenn wir dies tun, wird uns das tiefe Verstehen zuteil, das uns vom Leiden und von der Dunkelheit erlösen kann. Gemäß der buddhistischen Lehre sind sowohl Hölle als auch Paradies, Samsara und Nirvana im gegenwärtigen Augenblick da. In den gegenwärtigen Augenblick zurückkehren heißt es Leben entdecken und die Wahrheit erkennen. All jene, die bisher erwacht sind, sind im gegenwärtigen Augenblick erwacht. Und ebenso werden all jene, die jetzt und in Zukunft erwachen, das Erwachen ebenfalls in der Gegenwart verwirklichen. Nur der gegenwärtige Augenblick ist wirklich. Die Vergangenheit ist nicht mehr und die Zukunft ist noch nicht. Wenn wir nicht fest im gegenwärtigen Augenblick verankert sind, fühlen wir uns leicht ungeerdet, wenn wir in die Zukunft schauen. Vielleicht fürchten wir dann in der Zukunft allein zu sein, ohne eine Zuflucht und ohne jemanden, der uns hilft. Wenn jemand darüber nachdenkt, wie sein Körper in der Zukunft sein wird, wie seine Gefühle in der Zukunft sein werden, wie die Objekte seines Geistes in der Zukunft sein werden, wie sein Bewusstsein in der Zukunft sein wird. Solche Sorgen um Zukunftiges bringen Unbehagen, Angst und Furcht mit sich und sie helfen uns überhaupt nicht, uns dem gegenwärtigen Augenblick zuzuwenden. Sie verwirren uns lediglich und entziehen uns die Kraft, die wir brauchen, um mit der Gegenwart umzugehen. Ein konfuzianisches Sprichwort besagt, dass ein Mensch, der nicht weiß, wie er die ferne Zukunft planen kann, leicht von der nahen Zukunft beunruhigt und überrollt wird. Dies soll uns daran erinnern, uns um die Zukunft zu kümmern, aber nicht, uns um sie zu sorgen und zu ängstigen. Die beste Art, uns auf die Zukunft vorzubereiten, ist, uns gut um den gegenwärtigen Augenblick zu kümmern. Wissen wir doch, dass, wenn die Gegenwart aus der Vergangenheit besteht, die Zukunft aus der Gegenwart besteht. Alles, worum wir uns zu kümmern haben, ist der gegenwärtige Augenblick. Nur die Gegenwart liegt in unserer Reichweite. Uns um die Gegenwart kümmern, heißt uns um die Zukunft kümmern. Vergangenheit und Zukunft liegen beide in der Gegenwart. Wenn wir an die Vergangenheit denken, steigen vielleicht Gefühle des Bedauerns oder der Scham in uns auf. Wenn wir an die Zukunft denken, kommen vielleicht Wünsche oder Ängste hoch. Aber all diese Gefühle steigen im gegenwärtigen Augenblick auf und sie alle wirken sich auf den gegenwärtigen Augenblick aus. Und meist machen sie uns weder glücklich, noch bringen sie uns Freude. Wir müssen lernen, uns diesen Gefühlen zu stellen. Das Wichtigste, was wir erkennen müssen, ist, dass sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft in der Gegenwart liegen und dass wir, wenn es uns gelingt, den gegenwärtigen Augenblick bewusst zu leben, gleichzeitig die Vergangenheit und die Zukunft umwandeln. Wie können wir die Vergangenheit umwandeln? Vielleicht haben wir in der Vergangenheit etwas gesagt oder getan, was zerstörerisch oder verletzend war und nun bedauern wir es. In der buddhistischen Psychologie ist Bedauern eine unbestimmte Emotion. Das heißt, dass sie sowohl konstruktiv als auch destruktiv sein kann. Wenn wir wissen, dass etwas, was wir gesagt oder getan haben, jemanden verletzt hat, kann uns dies reumütig stimmen und wir geloben, in Zukunft denselben Fehler nicht noch einmal zu machen. In diesem Fall haben unsere Gefühle des Bedauerns eine heilsame Wirkung. Wenn jedoch das Gefühl des Bedauerns uns verfolgt, wenn es uns daran hindert, uns auf irgendetwas anderes zu konzentrieren und allen Frieden und jede Freude aus unserem Leben vertreibt, dann hat das Gefühl des Bedauerns eine destruktive Wirkung. Wenn Bedauern destruktiv wird, sollten wir zunächst einmal unterscheiden, ob die Ursache in dem liegt, was wir gesagt oder getan haben oder in dem, was wir zu tun oder zu sagen unterlassen haben. Wenn wir in der Vergangenheit etwas Zerstörerisches gesagt oder getan haben, können wir dies einen Ausführungsfehler nennen. Wir haben etwas mit mangelnder Achtsamkeit gesagt oder getan und es hat jemanden verletzt. Manchmal begehen wir einen Unterlassungsfehler. Wir verletzten dadurch, dass wir nicht taten oder sagten, was zu tun oder zu sagen war und dies hat zu bedauern und Trauer geführt. Unser Mangel an Achtsamkeit war da und seine Ergebnisse sind immer noch gegenwärtig. Unser Schmerz, unsere Scham und unser Bedauern sind ein wichtiger Teil dieses Ergebnisses. Wenn wir die Gegenwart eingehend betrachten und verstehen, können wir sie umwandeln. Wir tun dies durch Achtsamkeit, Entschlossenheit, rechtes Handeln und rechte Rede. All dies findet im gegenwärtigen Augenblick statt. Wenn wir so die Gegenwart umwandeln, verwandeln wir auch die Vergangenheit und bauen gleichzeitig an der Zukunft. Wenn wir sagen, alles sei verloren, alles sei bereits zerstört oder das Leiden sei ja bereits geschehen, sehen wir nicht, dass die Vergangenheit zur Gegenwart geworden ist. Selbstverständlich ist das Leiden schon verursacht und die Wunde dieses Leidens berührt vielleicht unsere Seele. Aber anstatt über unser vergangenes Handeln zu jammern oder darunter zu leiden, sollten wir uns der Gegenwart annehmen und sie umwandeln. Die Spuren einer schlimmen Dürre können nur durch reichlich strömenden Regen verwischt werden und Regen kann nur im gegenwärtigen Augenblick fallen. Buddhistische Reue gründet auf dem Verständnis, dass Unrechtes Tun seinen Ursprung im Geist hat. Das kommt auch im folgenden Vers zum Ausdruck. Alles Unrecht hat seinen Ursprung im Geist. Wenn der Geist verwandelt wird, wie kann dann Unrecht bleiben? Nach der Reue ist mein Herz leicht wie eine Wolke, die unbeschwert am Himmel dahin segelt. Aus Mangel an Achtsamkeit, weil unser Geist von Begierden, Wut und Eifersucht verdunkelt wurde, haben wir Unrecht getan. Das ist gemeint mit, alles Unrecht hat seinen Ursprung im Geist. Wenn aber das Unrecht aus unserem Geist kam, kann es auch im Geist umgewandelt werden. Wenn unser Geist verwandelt wird, werden auch die von unserem Geist wahrgenommenen Objekte umgewandelt. Eine solche Umwandlung ist möglich, wenn wir wissen, wie wir in den gegenwärtigen Augenblick zurückkehren können. Wenn wir unseren Geist erst einmal umgewandelt haben, wird unser Herz so leicht wie eine dahinsegelnde Wolke, und wir werden eine Quelle von Frieden und Freude für uns selbst und andere. Gestern noch, vielleicht aus Torheit oder Wut, haben wir etwas gesagt, was unsere Mutter traurig machte. Aber heute ist unser Geist verwandelt und unser Herz leicht, und wir können sehen, wie unsere Mutter uns anlächelt, selbst wenn sie nicht mehr leben sollte. Wenn wir in uns selbst lächeln können, kann unsere Mutter auch mit uns lächeln. Wenn wir die Vergangenheit verwandeln können, können wir auch die Zukunft verwandeln. Unsere Ängste und Sorgen um die Zukunft verdüstern die Gegenwart. Es besteht kein Zweifel, dass dann auch die Zukunft düster sein wird, denn wir wissen, dass die Zukunft aus der Gegenwart besteht. Sich der Gegenwart anzunehmen, ist der beste Weg, sich der Zukunft anzunehmen. Manchmal machen wir uns solche Sorgen darüber, was morgen geschehen könnte, dass wir uns die ganze Nacht schlaflos im Bett herumwälzen. Dann sorgen wir uns darüber, dass wir am nächsten Tag müde und nicht in der Lage sein werden, unser Bestes zu geben, wenn wir nachts nicht schlafen. Je mehr wir uns sorgen, desto schwieriger wird es, einzuschlafen. Unsere Sorgen und Ängste um die Zukunft zerstören die Gegenwart. Wenn wir aber aufhören, uns um morgen zu sorgen und einfach ruhig im Bett liegen und unserem Atem folgen, die Gelegenheit zur Ruhe, die wir haben, wirklich genießend, werden wir nicht nur die Augenblicke des Friedens und der Freude unter der warmen Decke genießen, sondern vermutlich auch leicht und natürlich einschlafen. Diese Art von Schlaf trägt sehr zum Erfolg des nächsten Tages bei. Wenn wir hören, dass die Wälder unseres Planeten krank sind und sterben, verspüren wir vielleicht Angst. Wir fühlen uns betroffen, sind in Sorge um die Zukunft, weil uns bewusst ist, was im gegenwärtigen Augenblick geschieht. Dieses Bewusstsein kann uns motivieren, etwas zu tun, um der Zerstörung unserer Umwelt Einhalt zu gebieten. Offensichtlich ist dieses Betroffensein wegen der zukünftigen Entwicklung etwas anderes als Sorge und Angst, die uns nur auslaugen. Wir müssen aber wissen, wie wir die Gegenwart von gesunden, kräftigen Bäumen genießen können, um in der Lage zu sein, etwas für ihren Schutz und ihren Erhalt zu tun. Werfen wir eine Bananenschale auf den Abfall, wissen wir, wenn wir achtsam sind, dass die Schale zu Kompost und in nur wenigen Monaten als Tomate oder Salat wiedergeboren wird. Wenn wir aber eine Plastiktüte auf den Abfall werfen, wissen wir dank unserer Achtsamkeit, dass eine Plastiktüte in absehbarer Zeit kaum zu einer Tomate oder einem Salat wird. Einige Arten von Müll brauchen vier oder fünfhundert Jahre, um sich zu zersetzen. Atommüll braucht eine Viertelmillion Jahre, bevor er nicht mehr gefährlich und zerfallen ist. Leben wir wach im gegenwärtigen Augenblick, kümmern wir uns aus ganzem Herzen um den gegenwärtigen Augenblick. Werden wir nichts tun, was die Zukunft zerstört. Das ist der konkreteste Weg, etwas Konstruktives für die Zukunft zu tun. In unserem Alltag produzieren wir vielleicht auch geistige Gifte, und diese Gifte zerstören nicht nur uns, sondern auch jene, die mit uns zusammenleben, in der Gegenwart wie auch in der Zukunft. Der Buddhismus spricht von drei Giften, Begierden, Hass und Unwissenheit. Zusätzlich gibt es noch andere Gifte, die sehr großen Schaden anrichten können. Eifersucht, Vorurteil, Stolz, Misstrauen und Unbelehrbarkeit. In unseren alltäglichen Beziehungen zu uns selbst, zu anderen und unserer Umgebung, kann jedes dieser Gifte sich manifestieren, auflackern und unseren Frieden und unsere Freude, sowie auch den Frieden und die Freude der Menschen in unserer Umgebung zerstören. Diese Gifte können sich festsetzen und unseren Geist verschmutzen, das bittere Konsequenzen in der Zukunft nach sich zieht. Im gegenwärtigen Augenblick leben heißt also auch, sich dieser Gifte anzunehmen und sich ihnen zu stellen, wenn sie auftauchen, sich manifestieren und zum Unbewussten zurückkehren. Und es bedeutet, Beobachtungsmeditation zu üben, um sie zu verwandeln. Das ist eine buddhistische Praxis, die sehr wichtig ist. In der Gegenwart leben heißt aber auch, die schönen und kraftspendenden Dinge sehen, um sie zu nähren und zu schützen. Wenn wir uns den Dingen stellen und mit ihnen in Berührung sind, erfahren wir Glück. Und dieses Glück wiederum ist das Material, aus dem eine wunderbare Zukunft geschmiedet wird. Leben gibt es nur in der Gegenwart. In die Gegenwart zurückkehren bedeutet mit dem Leben in Berührung sein. Leben ist nur möglich im gegenwärtigen Augenblick, denn die Vergangenheit ist nicht mehr und die Zukunft ist noch nicht. Buddhaschaft, Befreiung, Erwachen, Freude, Friede und Glück können nur im gegenwärtigen Augenblick verwirklicht werden. Unsere Verabredung mit dem Leben findet immer im gegenwärtigen Augenblick statt. Und der Treffpunkt unserer Verabredung ist genau da, wo wir uns gerade befinden. Gemäß dem Avatamsaka-Sutra sind Zeit und Raum nicht getrennt. Zeit ist aus Raum gemacht und Raum ist aus Zeit gemacht. Wenn wir vom Frühling sprechen, denken wir für gewöhnlich an eine Zeit, aber Frühling ist auch Raum. Wenn in Europa Frühling ist, ist in Australien Winter. Bei einer Tee-Meditation halten die Teilnehmer ihre Tassen in die Höhe, atmen und rezitieren den folgenden Vers. Diese Tasse Tee in meinen Händen, ein Symbol der Achtsamkeit. Mein Geist und mein Körper weilen ganz im hier und jetzt. Wenn wir achtsam Tee trinken, üben wir in den gegenwärtigen Augenblick zurückzukehren, um unser Leben jetzt zu leben. Weil in unser Geist und unser Körper vollständig im gegenwärtigen Augenblick, können wir die dampfende Tasse Tee in ihrem So-Sein ganz deutlich wahrnehmen. Wir erkennen sie als eines der Wunder des Lebens. In diesem Augenblick sind wir wirklich in Berührung mit der Tasse Tee. Nur in Augenblicken wie diesem ist das Leben wirklich gegenwärtig. Freude, Friede, Befreiung, Erwachen, Glück, Buddhaschaft, die Quelle, alles, wonach wir uns sehnen und was wir suchen, kann nur im gegenwärtigen Augenblick gefunden werden. Den gegenwärtigen Augenblick verlassen, um diese Dinge in der Zukunft zu suchen, heißt die Substanz fortwerfen und sich am Schatten festhalten. Im Buddhismus wird Absichtslosigkeit als ein Weg gelehrt, der den Übenden helfen soll, nicht mehr der Zukunft nachzujagen und ganz und gar in die Gegenwart zurückzukehren. Absichtslosigkeit wird manchmal auch Wunschlosigkeit genannt und gilt als eines der drei Tore zur Befreiung. Die anderen beiden sind Leerheit und Zeichenlosigkeit. Wenn wir davon ablassen können, der Zukunft nachzujagen, können wir erkennen, dass all die wunderbaren Dinge, die wir erstreben, bereits in diesem Augenblick in uns sind. Das Leben ist nicht ein bestimmter Ort oder ein Ziel. Das Leben ist ein Weg. Gehmeditation praktizieren ist gehen ohne anzukommen. Jeder Schritt kann uns Freude, Frieden und Befreiung bringen. Das ist der Grund, warum wir im Geiste der Absichtslosigkeit gehen. Es gibt keinen Weg zur Befreiung, zur Freude, zum Frieden. Freude und Frieden selbst sind der Weg. Unsere Verabredung mit dem Buddha, mit der Befreiung und mit dem Glück, findet hier und jetzt statt. Wir sollten diese Verabredung nicht versäumen. Der Buddhismus lehrt eine Art zu atmen, die uns befähigt, Körper und Geist eins werden zu lassen, um dem Leben von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten zu können. Dies wird Einssein von Körper und Geist genannt. In den gegenwärtigen Augenblick zurückkehren heißt jedoch nicht, dass wir uns von dem, was gerade geschieht, hinreißen lassen. Der Buddha lehrt uns, das Leben eingehend zu betrachten, mit dem gegenwärtigen Augenblick in Berührung zu sein und sowohl das Leiden als auch dem Zauber des gegenwärtigen Augenblicks zu sehen. Aber wir müssen dies achtsam tun, mit einem hohen Grad an Bewusstheit, um nicht von Begierden oder Abneigungen gegen das, was im gegenwärtigen Augenblick geschieht, hingerissen oder darin verstrickt zu werden. Das Leben, wie es hier und jetzt ist, eingehend betrachtend, weilt der Übende in Festigkeit und Freiheit. Wenn wir mit dem Leben im gegenwärtigen Augenblick in Berührung sind, betrachten wir das, was ist, eingehend. In diesem Zustand können wir die unbeständige und selbstlose Natur all dessen, was ist, erkennen. Unbeständigkeit oder Vergänglichkeit und Selbstlosigkeit sind keine negativen Aspekte des Lebens, sondern die Fundamente, auf denen das Leben aufbaut. Unbeständigkeit ist der unablässige Wandel aller Dinge. Ohne Unbeständigkeit kann es kein Leben geben. Selbstlosigkeit bezieht sich auf die wechselseitige Verwobenheit aller Dinge. Ohne sie könnte nichts existieren. Ohne die Sonne könnten weder die Wolken noch die Erde noch die Tulpen sein. Wir sind oft traurig über die Unbeständigkeit und Selbstlosigkeit des Lebens, weil wir vergessen, dass das Leben ohne Unbeständigkeit und Selbstlosigkeit gar nicht existieren könnte. Der Vergänglichkeit und Selbstlosigkeit gewahr sein, nimmt uns aber nichts von der Freude am Leben. Ganz im Gegenteil, diese Haltung macht unser Leben gesünder, stabiler und freier. Menschen leiden, weil sie die unbeständige und selbstlose Natur der Dinge nicht sehen können. Sie halten das, was vergänglich ist, für dauerhaft und schreiben dem, was ohne Selbst ist, ein Selbst zu. Wenn wir eine Rose eingehend betrachten, können wir ihre unbeständige Natur sehr deutlich sehen. Gleichzeitig können wir aber immer noch ihre Schönheit sehen und sie in ihrer Kostbarkeit schätzen. Weil wir ihre zarte und vergängliche Natur sehen, erscheint uns diese Blume vielleicht sogar noch schöner und wertvoller. Je vergänglicher etwas ist, desto schöner und wertvoller ist es. Ein Regenbogen zum Beispiel, ein Sonnenuntergang, ein Cereus-Kaktus, der nur nachts blüht, eine Sternschnuppe. Als der Buddha die Sonne über dem Geiergipfel aufgehen sah, als er die Stadt Vesali oder ein Feld mit reifem, goldenem Reis betrachtete, genoss er die Schönheit all dieser Dinge. Als der Buddha die unbeständige, vergängliche Natur dieser schönen Dinge, ihre Verwandlung und ihr Verschwinden tiefschauend erlebte, verspürte er weder Schmerz noch Verzweiflung. Und auch wir können Verzweiflung und Leiden überwinden und erfahren, wie kostbar die Wunder des alltäglichen Lebens sind, wenn wir die Vergänglichkeit und Selbstlosigkeit all dessen, was ist, eingehend betrachten. Ein glasklaren Wassers, eine kühlende Brise, ein Schritt, der leicht und in Freiheit getan wird. All dies sind wunderbare Dinge, obwohl sie vergänglich und ohne Selbst sind. Leben ist Leiden. Aber es ist gleichzeitig voller Wunder. Krankheit, Alter, Tod, Unfälle, Verhungern, Arbeitslosigkeit und Naturkatastrophen können wir nicht vermeiden. Aber wenn unser Verstehen sich vertieft und unser Geist sich befreit, können wir diese Dinge gelassen annehmen und das Leiden wird allein dadurch schon sehr gelindert. Das heißt nicht, dass wir unsere Augen vor dem Leiden verschließen sollten. Indem wir mit dem Leiden in Berührung sind, erwecken und stärken wir unsere natürliche Fähigkeit, zu lieben und mitzufühlen. Leiden wird dann zu dem Element, das unsere Liebe und unser Mitgefühl nähert. Und so fürchten wir es nicht länger. Wenn unser Herz voller Liebe und Mitgefühl ist, werden wir durch unser Tun dazu beitragen, das Leiden anderer zu lindern. War die Menschheit bisher fähig, irgendeinen Fortschritt zu erzielen, so verdanken wir das unserem Herzen voller Liebe und Mitgefühl. Wir müssen von mitfühlenden Menschen lernen, wie wir die Praxis des tiefen Schauens für uns entwickeln und fördern und anderen damit helfen können. Dann können andere von uns lernen, in der Gegenwart zu leben und die unbeständige, selbstlose Natur all dessen, was ist, zu sehen. Diese Einsicht wird das Leiden mindern. Aus Angst vor Unerwartetem führen viele Menschen ein angstvolles, beschränktes Leben. Niemand kann im Voraus wissen, welches Unglück uns und unseren Lieben vielleicht zustoßen mag. Aber wenn wir lernen, ein erwachtes Leben zu führen, indem wir jeden Augenblick unseres Lebens tief erleben, denen, die uns nahestehen, liebevoll und verständnisvoll begegnen, dann wird es nichts zu bereuen geben, wenn uns oder ihnen etwas zustößt. Wenn wir im gegenwärtigen Augenblick leben, können wir mit den schönen, nähernden und heilenden Aspekten des Lebens in Berührung sein. Und diese können unsere Wunden heilen. Dann werden wir jeden Tag schöner, lebendiger und gesünder.